Was geht ab Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Bitcoin und Ethereum Update Video. Wenig getan im Chart, weiterhin 22.600 US-Dollar, Ethereum dafür ein bisschen mehr, da werden wir jetzt auf jeden Fall gleich nochmal ein bisschen genauer drauf eingehen. Außerdem schauen wir mal so, holen wir uns vielleicht ein tieferes Tief ab, holen wir uns ein höheres Hoch ab, auch darauf werfen wir einen Blick und natürlich heute Abend um 19 Uhr Livestream. Wer Bock hat dabei zu sein, gerne dazustoßen um 19 Uhr und bevor wir starten, gerne Like da lassen, Abo da lassen und natürlich gerne in die kostenlose Talk- und Signalgruppe reinsteunen. Link wie immer unten in der Videobeschreibung. Gut, damit genug Eigenwerbung gemacht. Wie gesagt, momentan trailen wir bei ungefähr 22.650 US-Dollar, wenig Veränderung im Chart. Wir haben noch nicht dieses Tief hier drüben abgeholt bei den 22.300 US-Dollar, das ist weiterhin inaktiv bzw. aktiv hier dieses Tief, ansonsten hat sich am Chart wenig getan. Wir bilden hier gerade so ein kleines Doppeltop aus, wenn wir jetzt auf den 1-Stunden-Chart mal ein bisschen genaueren Blick werfen, sehen wir, okay, die Seitwärtsphase hier oben hält weiterhin an. Also an der Struktur grundsätzlich hat sich nichts geändert. So, wir sind weiterhin in unserem Short mit Stop-Loss 23.7. Warum? Weil ich irgendwie noch die Vermutung habe, wir holen uns irgendwie diese Hochs hier oben noch. Also der bleibt auch jetzt erst einmal so. An sich bleibt der Short generell bestehen mit Ziel weiterhin hier unten die 21.600 US-Dollar. Dort wartet auch unser MeinLong-Setup, habe ich noch nicht in die Gruppe gepostet, kommt aber denke ich jetzt im Laufe des Abends auf jeden Fall. Der Long wird wahrscheinlich hier in dem Bereich der 21.650, 21.700 US-Dollar eröffnet werden mit einem Stop-Loss auf jeden Fall bei 21.000 US-Dollar. Darüber haben wir im gestrigen Video auf jeden Fall schon mal drüber gesprochen. Das Golden Pocket, die Ineffizienz, das sind einfach genug Standpunkte, um wirklich ein Long-Risiko einzugehen. Als weiteren Fortlauf würde ich mir dann liebend gerne vorstellen, dass wir hier eben runtergehen und dann zumindest hier nochmal diesen Bereich antesten. Also das heißt nicht, dass wir jetzt sofort hier hochgehen und die Liquidität abholen. Es kann auch erst sein, dass wir erst runter ins Golden Pocket reingehen, die Long abholen und dann hier den nächsten Impuls nach oben in Richtung 23.3 kriegen. Und da wird es dann interessant werden, meines Erachtens nach weiterhin. Dann kriegen wir hier die Rejection rein, das heißt wir holen uns die Liquidität hier drüber einfach nochmal, wo wir jetzt gerade eben schon mal drüber gesprochen haben. Dann riesiges Doppeltop und dann Abfahrt auf jeden Fall in dem Bereich hier unten Richtung 19.000 US-Dollar. Das ist für mich weiterhin das übergeordnete Ziel. Daran hat sich nichts geändert. Wir haben ja drüber gesprochen, hier unten diese 18.000, 19.000 US-Dollar. Ineffizienzen, Voids, Vektoren, übergeordnetes Golden Pocket, was eben hier auch noch liegt. Und wenn wir jetzt diesen Trend hier ziehen, sehen wir auch das 1.618 da, liegt eben auch hier unten bei den 18.500 US-Dollar. Das heißt, ich gehe weiterhin mittelfristig, kurzfristig ist 1.216 das Ziel, mittelfristig, weiß man jetzt auch nicht ganz genau, wann das sein wird, aber weiterhin Korrekturpotenzial bis 18.500, die Region einfach hier unten um die ganzen Vektoren und Sonstiges da unten einfach zu füllen und auch die Liquidität abzuholen. Und gleichzeitig, und da blicken wir jetzt nochmal ganz kurz auf den Daily-Time-Frame, damit ihr wisst, was ich meine, wir haben einen riesigen Impuls gesehen. Wir machen das Golden Pocket mal ganz kurz hier nochmal weg. Wir hatten diesen riesigen Impuls. Volumen gesteuert, passt alles normalerweise für einen Abtrend, aber mir fehlt für einen validen Abtrend immer noch dieser Impuls nach unten mit einem höheren Tief. Einfach um die Struktur des Downtrends vorübergehend zu brechen, denn wir müssen eins klar sein, da drücke ich jetzt vielleicht ein bisschen auf die Euphoriebremse, will vielleicht nicht jeder hören. Wir sind in einem Downtrend. Wir sind immer noch in einem Downtrend, wir sind immer noch in einem Bärenmarkt. Fundamental hat sich nichts geändert und charttechnisch auch nicht. Wir brauchen dieses höhere Tief, wenn wir das kriegen und da passt einfach diese 18.500-Marke bis 18k irgendwo die Region da unten einfach. Oder ich sage, wir grenzen es mal ein, 18 bis 19k. Wie wir da dann genau long gehen, müssen wir dann gucken, wenn es so weit ist. Aber der Downtrend ist intakt, höheres Tief, würde das Ganze vereinfachen, dann das alte Hoch hier oben rausnehmen. Am besten die 25k mit rausnehmen, das alte Hoch, wo wir jetzt dann gerade sind, die 23,3 ungefähr nochmal testen und dann den nächsten Impulsiven Wig nach oben bis, ich sage jetzt mal knapp 30.000 US-Dollar. Das ist für mich ein Abtrend. Momentan wurden ein Haufen Shorts liquidiert. Das haben wir gesehen, 700 Millionen, 800 Millionen Shorts wurden immer wieder auf dem Weg nach oben liquidiert. Auch unsere Shorts, muss man ganz ehrlich dazu sagen, da nehme ich mich jetzt nicht raus. Und trotzdem ist eine Korrektur meines Erachtens nach weiteren überfällig, zumindest um ein höheres Tief zu bekommen. Es muss nicht dieser riesen Crash sein oder sonstiges. Wir brauchen dieses höhere Tief, um die Abwärtsstruktur zu brechen. Dann ein höheres Hoch, am besten auch hier drüber mit einem Daily Close schließen oder Weekly Close wäre noch besser. Einfach hier oben von mir aus bis 26,7 pumpen. Dann hätten wir das Hoch rausgenommen auf Daily, auf Weekly Sicht. Dann nochmal Retest eben dieser Zone, sage ich mal hier zwischen, ich sage jetzt mal 23,3 bis 25,3 circa. Retest, Konsolidierung und dann der nächste Leg Up Move. Dann hätten wir ein Push, zwei Push und drei Push wären dann Richtung, ich sage jetzt mal 30.000 bis 34.000 US-Dollar. Und da oben müssten wir uns dann einfach aufhalten, weil da oben hat dann der ganze FTX-Scheiß und sowas dann noch dazu angefangen. Und was weiß ich, was da oben einfach noch war. Diese Zone hier oben gilt es einfach dann nachträglich zu überbrücken. Wenn wir da drüber sind und da sehen wir auch vergangenheitlich, sorry, wenn es jetzt ein bisschen, ich sage jetzt mal überdimensional groß ist, der Chart. Oder wir in den größeren Timefilms gucken. Da sehen wir, okay, die 28,8 von Vergangenheit im letzten Bullenmarkt. Support, support, support. Dann sind wir drunter und seitdem haben wir das nicht mehr getestet. Das heißt für uns, werden wir hier rejected, ist die Chance hoch, dass wir einen kompletten Crash nochmal nach unten hinkriegen und nochmal ein Lower Low. Schaffen wir es hier drüber mit Konsolidierung und Bestätigung. Das heißt, RSI kühlt dann auch ein bisschen ab und sowas. Dann ist es für mich eine Chance, dass wir in einem Bullenmarkt drin sind. Soviel zu dem großen Chartbild. Sorry, dass es jetzt ein bisschen ausführlicher geworden will, aber ich wollte jetzt ein bisschen mal auf die Euphoriebremse drücken. Kurzfristig, wie gesagt, ist einfach Chance hoch, 21,6, höheres hoch. Da wird sich dann entscheiden, kriegen wir wirklich die 25k oder werden wir hier einfach oben so ein kleines Doppeltop bilden und fallen dann Richtung 18,7. Wäre für mich persönlich das bessere Signal. Hoch, Doppeltop, runter, dann die 25k rausnehmen. Ansonsten 25k, dann erst runter Richtung 18,5, 30% Korrektur, haben wir ja schon mal drüber gesprochen, um die Liquidität hier oben schon mal ein bisschen rauszunehmen und dann beim nächsten Mal einfach komplett durchzustoßen. Also das ist so, jetzt sage ich mal, der grobe Fahrplan. Wie gesagt, ist ein bisschen längerfristig jetzt gedacht, kurzfristig 21,6, long, BTC, dann von mir aus gerne hoch in Richtung Doppeltop. Gut, dann blicken wir noch rüber zu Ethereum. Hier muss ich mich entschuldigen, habe ich ja gestern, um mal wieder einen Switch in die Signalgruppe reinzugehen. Wo haben wir es, wo haben wir es, hier Ethereum long, Entry wurde abgeholt, Stop Loss wurde kurz danach auch abgeholt, also hier riesen Sorry von meiner Seite aus. Ich habe es aber auch schon in die Gruppe dazu geschrieben, ich muss vielleicht ein bisschen was an den Setups ein bisschen ändern, weil die Dinger eigentlich gedacht sind, wenn ich noch wach bin und ich habe gestern einfach um neun Uhr schon gepennt oder irgendwo so zwischen der Zeit, da hätte ich nochmal was dazu geschrieben, weil normalerweise warne ich immer davor, in solche Candles bitte nicht rein long oder so. Das ist die Regel Nummer eins, dass wir hier nicht rein long und das ist nämlich absolut auf meine Kappe, also absolutes, riesengroßes Sorry meinerseits. Ich werde es zukünftig auch noch dazu schreiben, das heißt, wenn wir jetzt das BTC Long Setup dann rein posten, dass wir da dann sagen, okay, das ist wirklich nur aktiv, wenn ich es vielleicht dazu schreibe. Weil das Risiko einfach zu hoch ist, dass wir hier, so wie bei Ethereum und das ist auch euer Kapital und ich wäre auch beim Copy Trading, wenn das jetzt die nächsten ein, zwei Wochen wird es wahrscheinlich dann stattfinden, wäre ich auch nicht in diesem Trade gewesen, weil ich das nicht als Limit Order mache. Und vielleicht muss ich das dazu schreiben zukünftig, Market, Limit, damit es ein bisschen strukturierter ist, weil wie gesagt, ich hätte diesen Copy Trade, ich bin auch nicht in diesen Trade reingegangen, bin ich auch ganz ehrlich, es gab das Setup, bin ich aber nicht rein, weil ich immer, oder ich sag mal zu 99% Market reingehe. Ich gehe selten Limit Orders rein, weil du nie weißt, was passiert über Nacht, wenn du pennst. Und deswegen ein großes Riesen-Sorry meinerseits einfach nochmal, es war ein Fehler von mir, ich hätte es dazu schreiben sollen vielleicht, ich weiß, viele haben schon geschrieben, ja, ist nicht schlimm, ist ja auch, wir gehen ja die Trades ein trotzdem. Es ist einerseits auch mein, sag ich mal, mein Verschulden. Deswegen, sorry, nochmal die Erklärung, ich werde das zukünftig anders handhaben und beim Copy Trading ist es dann sowieso nochmal komplett anders. Also wie gesagt, ich war nicht in diesem Trade, ist zwar jetzt irgendwie widersprüchlich, weil ich das Setup reingepostet habe, aber ich gehe keine Limit Orders ein und zukünftig werde ich das einfach auch dazu schreiben, weil in solche Candles gehen wir eben nicht rein. So, jetzt zurück zum Chart, wir haben hier momentan so eine Hidden Bullish Divergence, der Trend passt, wir kommen von unten, Trendfortsetzung würde zu dem Hidden Bullish Divergence auf jeden Fall passen. Wir sehen schon ein bisschen Erholung, wir sind bis 1518 gedumpt, trotzdem glaube ich ehrlich gesagt momentan nicht, dass wir hier nochmal diesen Riesenimpuls kriegen. Ich kann mir vorstellen, dass hier oben das Schluss ist bei den 1604 aufgrund eben der Ineffizienz, die wir hier im 4-Stunden-Chart haben. Wir ziehen dazu gleich nochmal das FIP-Level dazu und gucken es uns auch nochmal an, da seht ihr auch, okay, dieser Bereich hier würde gut mit dem Golden Pocket und dem 0,5er Fibonacci Retracement Level übereinstimmen. Das heißt, kurzfristige Erholung bin ich absolut dabei durch diese Hidden Bullish und dann hier oben wird es sich meines Erachtens entscheiden, wir haben hier eine 4-Stunden-Supply, wir haben das Golden Pocket, wir haben die Ineffizienz. Das heißt, hier oben könnte dann eben der nächste Legdown-Move kommen und dann wahrscheinlich hier in die 1.400 US-Dollar-Region. Weil, da haben wir auch drüber gesprochen, Riesen-Golden Pocket, also übergeordnete Golden Pocket würde uns bis auf 1.370 sogar bringen, 1.355, wäre aber grundsätzlich Bullish, weil wir dann eben hier diese ehemalige Widerstandszone hier als Support eben testen würden. Golden Pocket, Ineffizienzen, Vektoren, alles wäre gefüllt und dann hier unten ein bisschen Konsolidierung und dann der Pump nach oben. Also das ist jetzt momentan der Fahrplan, eventuell gehen wir hier nochmal short rein. Nein, ist glaube ich nicht verkehrt, aber wie gesagt, da warten wir einfach jetzt noch ein bisschen ab und keine Limit-Orders, bitte Leute, keine Limit-Orders, ich kann es nochmal sagen und wir warten hier ab, wenn ich reingehe, gebe ich auf jeden Fall Bescheid. Gut, damit ist das Video ein bisschen länger geworden als sonst, aber das sind so jetzt, sage ich mal, die wichtigsten Sachen, wir sind ausgestoppt worden, Riesen-Sorry nochmal, ich habe es gerade erklärt und ansonsten hier oben 1.600, ich sage mal 1.614 rum, wäre die nächste Short-Order auf jeden Fall bei mir aktiv, beziehungsweise werde ich es dann in die Gruppe posten. Gut, dann war es das von meiner Seite, wie gesagt, heute Abend um 19 Uhr, sind eure Altcoin-Wünsche natürlich wieder jederzeit gewünscht, schaut da gerne vorbei, ansonsten habe ich ja vorhin noch, um noch wieder in die Gruppe zu kommen, BNB und Kusama ist auch ein Video online, also schaut euch das auch gerne an, dann war es das von meiner Seite, Like da lassen, Abo da lassen und wie immer gerne in die kostenlose Telegram-Talk und Signalgruppe kommen. Das war es von mir, wir hören uns heute Abend wieder um 19 Uhr, bis dahin, ciao, ciao und wie immer, stay crypto.